Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist eine super tolle Atmosphäre in diesem Schloss. Ich freue mich, besonders mit den Siegern hier sein zu dürfen. Wir drehen in verschiedenen Räumen. Das ganze Ambiente ist klasse und ich habe das Gefühl, allen Teilnehmern gefällt das Schloss sehr und sie haben ganz, ganz viel Spaß hier. Okay, erstmal ausprobieren. Ohne Kunst jetzt. Ohne Kunst. Jetzt ist für safe. Bitte nochmal eleganter. Genau, das ist es. Einmal nur Text. Und bitte! Ich habe es gesehen. Das ist für irgendeine Bank. Was denn für eine Bank? Na ja, eine Bank eben. Quatsch, Bank. Das ist Werbung für die Sparkasse. Quack! Okay, bis dahin erstmal. Das ist eine sehr spannende und neue Erfahrung für mich. Ich habe sowas vorher noch nie so richtig gemacht. Man verkleidet sich vielleicht mal zum Fasching, aber den ganzen Tag in einem Kostüm zu sein und eine andere Rolle zu spielen, ist sehr spannend. Bitte! Ich war total nervös bei der ersten Szene. Ich habe wirklich innerlich so ein bisschen gezittert, aber der Regisseur hat es echt gut gemacht. Ich fand, es hat richtig Spaß gemacht. Es macht immer noch richtig Spaß. Ich möchte eigentlich am liebsten direkt weiterdrehen. Jetzt haben wir eine kurze Pause gemacht, um sich hier das machen können. Aber ich bin jetzt voll enthusiastisch. Ich möchte da jetzt eigentlich direkt weitermachen. Ja, es ist sehr interessant, wie aus Teilstücken ein ganzer Film nachher entstehen soll. Das werden wir uns dann ja angucken. Ja, war sehr interessant. Total schön. Das hat super viel Spaß gemacht, in diese Rolle zu schlüpfen. Also es ist total angenehm. Alles eins nach vorne rutschen. Alles eins nach vorne rutschen. Das ist unser Schnittbild. Und Knoblauch? Okay. Denn laut Aussage sind alle Bewohner echte Vampire. Ein toller Marketing-Gag, den ich finde. Du machst das richtig klasse. Ihr habt den Sekt in der Hand. Stellt euch mal hier ein Grüppchen zu zweit, zu dritt und ruhig Rhabarber, Rhabarber, bla 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 bla. Heitere Stimmung! Wir sind hier live bei der Eröffnung des ersten Vampir-Erlebnis-Schlosses der Welt. Das war total aufregend. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich den Text so flüssig über die Bühne bekomme. Aber vorhin wurden mir ganz viele Sprachtipps noch gegeben und daher fiel es mir eigentlich gar nicht mehr schwer. Wir sind kurz vor der großen Filmpremiere. Gestern ist Vergangenheit. Der Film, der gleich kommt, ist noch Zukunft. Wir stehen dazwischen. Der Tag war spektakulär. Die Darsteller sind großartig. Ich bin sehr gespannt auf das, was die selber dazu sagen werden. Das war ein tolles Wochenende. Ich fühle mich gut soweit und jetzt freue ich mich einfach auf den Film. Interessant, aufregend und spannend. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wie der Film wird und wie es aussieht alles, weil wir relativ lange gedreht haben. Herz schlägt schon ein bisschen schneller, sage ich jetzt mal. Ein bisschen aufgeregt. Vor allem auf meine Szenen, sage ich jetzt mal, haben wir komplett umgestylt. Für mich, da war ich ja auch schon eine halbe Stunde in der Maske früher. Und dann werden wir mal schauen, wie das alles geworden ist. Also ich bin echt gespannt.